Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Let's Play Projekt von mir, nämlich Assassin's Creed Rogue. Ja, endlich ist die PC-Version draußen, ich freue mich und, äh, nun ja, ich hoffe, das wird auf jeden Fall besser als Assassin's Creed Unity werden. Und, ähm, nun ja, wer meine anderen Assassin's Creed Let's Plays noch nicht gesehen haben sollte, der schaut jetzt einfach mal flott in die Beschreibung. Dort findet ihr nämlich alle Assassin's Creed Let's Plays von Assassin's Creed 1 bis Unity. Ich hab wirklich also alle gemacht und, äh, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch doch einfach an, falls euch für die Assassin's Creed Reihe interessieren solltet, wenn ihr aber schon alteingesessene Hasen seid, der Assassin's Creed Reihe und vielleicht auch von meinen Let's Plays, dann wünsche ich euch natürlich jetzt viel Spaß mit diesem Let's Play. Ich hab mal wieder viel zu schnell geredet, aber who cares. Und, äh, nun ja, wir beginnen ein neues Spiel, würde ich sagen. So, ein neues Spiel starten, wir nennen uns Knight und dann geht's auch schon los, aber niemandem weitersagen. Konstruktionsbaupläne Konstruktionsbaupläne können bei der Erkundung der Welt gefunden werden. Sie werden in bestimmten Truhen aufbewahrt, damit schalten sie wertvolle Gegenstände und die besten Schiffsverbesserungen frei, also geben sie sich Mühe, sie alle zu finden. Ubisoft präsentiert Verschone das Leben von allen Unschuldigen Halte den Kopf unten Verrate niemals die Assassinenbruderschaft Dies sind die Lehren des Credos Die Prinzipien, nach denen ich lebe Ich war damals noch ein junger Mann Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste Mein Name ist Shay Patrick Cormack Und das Meine Geschichte Nun gut Alles klar Wir spielen Shay Den guten Assassinen Oder Naja, was mit ihm passiert Jeder aus dem Trailer sollte das wissen Aber wie das passiert Das denke ich mal erfahren wir noch Und nun ja Wir begeben uns in alter Manier Über die Bäume Kennt man ja alles schon Nichts Neues Würde ich sagen So Und den Assassinen eliminieren Nun An Feuerholz wird es nicht fehlen Gebt zu Ich hatte euch fast Fast Leider zählt das nicht, Shay Zudem Nein Das war nur Glück Ich mach mir mein Glück Liam Ach, das behauptet ihr seit Jahren Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals für Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr Ärger folgt mir überall hin Lasst uns umkehren Nun gut Es scheint actionreich loszugehen Alles klar So Bevor wir aber losgehen Möchte ich mir hier Direkt die Sachen schnappen Sowas lasse ich mir natürlich nicht entgehen Ihr kennt mich Ich bin ein kleiner Sammlerfuchs So Ich mein das fragt mein Denken hole ich mir jetzt zwar nicht Aber Doch So die Sachen die wir hier finden Die möchte ich doch gerne mitnehmen Weil das sind alles Dinge Die müssen wir später nicht mehr machen Und Vor allem zu Beginn denke ich mal Kann man Jeden Pfund gebrauchen Den man findet Ich glaube die Währung ist ja Pfund Hat mir zumindest einer schon mal In das Video geschrieben Da danke ich euch übrigens auch Für die vielen Kommentare Die ich bekommen habe Auch schon so kleine Tipps Und dass ihr euch auf das Let's Play freut Ich hoffe dann Dementsprechend Sind dann auch hier Das Wird so das Feedback hier sein Freue ich mich auf jeden Fall drüber Und Nun ja Bin ich auf jeden Fall gespannt Was ihr zu dem Let's Play sagt Ähm Tja Oh und hier ist schon direkt so ein Shanty Haha Klasse Und hier hinten gibt es Scheint es schon direkt Äh Noch so ein weiteres Fragment zu geben So Ja wie ihr seht Ich sammle alles ein Äh Jetzt gibt es hier aber noch Äh Ein anderes Kommen wir da denn einfach so dran Mal schauen Ja Ich glaube da müssen wir auch wieder Auf den Baum hier klettern Äh Wenn wir es denn schaffen Ah geht doch Super Ja ich wette jeder andere YouTuber Wäre direkt weiter gegangen Aber ich äh Irgendwie ich 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 weiß nicht Ich mag das zu erkundigen Ich glaube aber auch alle Ach ich denke mal ihr mögt das Ich 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 bin immer so dabei mich Für alles so zu entschuldigen Was ich mache Aber dabei müsste ich das ja gar nicht Weil ich meine ihr mögt es ja eigentlich auch Wie ich Sag ich mal die Assassin's Creed 3 Let's playe Sonst wäre sie bei mir ja nicht so beliebt Und äh Ohne dass ich das jetzt arrogant anhören soll Und die andere Sache ist ja auch das Äh Ich sag ich mal Ähm Ist ja auch meine Art ist was zu let's playen So aber jetzt haben wir hier glaube ich alles gesammelt Falls ich noch was vergessen habe Dann ist es jetzt egal In dem hinteren Bereich Aber ich finde sowas kann man ja einfach auch machen Warum sollte man es ignorieren Ich meine ich will das Spiel wahrscheinlich nicht auf 100% durchspielen Aber äh Es ist nie verkehrt sag ich mal So was zu schaffen Ich behalte euch nur im Auge Falls ihr hinfallt und euch verletzt So ähm Ne da unten kommen wir noch nicht hin Das bedeutet ich denke mal wir müssen Erstmal nach hier oben Ah hier ist auch ein Aussichtspunkt Cool So synchronisieren wir den erstmal Unser erster Aussichtspunkt in Assassin's Creed Rogue Ha Das hat immer sowas nostalgisches Weil später kommt man hier wieder hin zurück Und denkt sich so Hach hier war ich ganz am Anfang So geht's mir zumindest So Und ab die Post nach unten So was befindet sich denn hier Ne Karte So gefällt mir das Okay Alles klar Ach das sind wieder so Schätze Die kennt man ja eigentlich schon Nichts Neues So hier gab's auch noch was So sie haben ein Stück von einem Wikinger Schwert gefunden Sammeln sie alles bitte um den Fund eines verschollenen Wikinger Schatzes zu entdecken Na cool Hört sich interessant an Ich denke mal das werden wir mit der Zeit auf jeden Fall sammeln Und das Let's Play wird auf jeden Fall so lange gehen Wie ihr auch Interesse haben solltet Also wenn ich dann irgendwann merken sollte Dass allmählich das Let's Play An ja sag ich mal Aufmerksamkeit verliert Dann werde ich es natürlich auch bei Zeiten beenden Aber keine Sorge es wird genügend kommen Gott zum Teufel wart ihr zwei Wir waren jagen Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen Aber Captain Joseph Erzählt ihr nicht immer dass ihr sich selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis Joseph Gautier Chevalier de la Vérantrie Und ihr träumt falls ihr glaubt dass es so einfach ist Ein echter Assassine zu werden Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition Ihr möchtet eurem Mentor ohne zu zögern folgen Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen Chevalier Aber ich fühle mich nicht besonders frei Nun dann fühlt euch belehrt Wie kannst du noch so respektlos sein? Ah das hat gesessen So aber ich würg dir auch gern ein paar rein So komm her Einfallspinsel Du schwachkömmiger Kohlbauer So Hier wirklich gerne noch eins rein Während Liam nur daneben steht und nichts tut So komm her So Gentlemen Kommt Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt Wir sind gestrandet und schlimmer noch Die Schmuggler mit denen wir uns hier treffen sollten wurden gefangen genommen Chevalier und ich übernehmen die Schmuggler Ihr die Verwundeten Ihr nehmt Ihr braucht sie Alles klar Super Dann plönern wir jetzt erstmal den Schatz Den hatte ich nämlich da eben schon auf der Karte gesehen So Alles klar Gut Von den britischen Wachen nicht entdecken lassen Alle britische Wachen töten Okay gut Nicht entdecken lassen Naja Na witz Wer mich kennt der weiß Dass das immer so ne Erteilt ihnen eine Lektion Sie haben keine Frage Sache für sich ist Wo sind deine Kumpane jetzt elender Ratte? So Nicht schlecht So Okay Wir finden sie Damit sie deine Reste begraben Alles klar Den zählen wir erstmal zu uns rein Da ist der Danke Okay gut Ähm So Gut vielleicht kommt der zu uns Genau Man kann die ja anlocken Hier kann man wieder pfeifen Das finde ich auch so genial Haha In Unity hätte man es echt gebrauchen können Also da verstehe ich nicht ganz Wieso sie es nicht reingebracht haben So Da waren es nur noch zwei Ähm Mal schauen wie wir die erledigen Ich denke mal von hinten Okay es hört sich jetzt sehr falsch an So Haha Hui es war knapp Aber wir haben es geschafft Vielen Dank Ich war schon fast tot Tja aber auch nur fast Sei froh dass du nicht tot bist So Habe ich hinten noch was vergessen Ich glaube nicht Aber hier vorne gibt es wieder so eine kleine Schatzkarte Ich meine auch wenn ich den Schätzen eigentlich nicht so hinterherjage Man hat die Schatzkarte Kann man dann später immer nochmal machen Wenn man das möchte Okay Alles klar Ähm Gut hier haben wir alles geschafft Klasse So mal schauen Gilt das jetzt hier immer noch Dass wir nicht entdeckt werden dürfen Oh man Schade Dann wird Nein Puh Und wie die Englisch sprechen Ich kann mich erinnern Dass die sonst immer Deutsch sprechen Nein Ah verdammt Na jetzt muss hier Äh Shane nur mal hochkommen Okay gut Er schafft es auch So Okay Ich will es halt irgendwie richtig machen Aber der kommt ja nicht Und pfeifen kann ich hier auch nicht Oder kommt der mal angelaufen Ne Dann habe ich eine andere Idee Ähm Dass ich den so über Bord ziehe Das einzige was mir einfallen würde Klappt das denn Geht das Funktioniert Super Okay gut Jetzt hätten wir da einen Und da hinten auch noch wen Ähm Jetzt überlege ich es gerade Der geht jetzt nach hinten So Gehen wir mal schnell hier hoch Super Ähm Ne damit würden wir jetzt wieder runterkommen Glaube ich Da ist noch einer Das sind noch Gut der hat jetzt jemanden entdeckt War ja eh schon klar Äh Gut Hm Ich will jetzt auf die letzten paar Mann Eigentlich nicht entdeckt werden Aber Ich habe so die Sorge Dass ich es doch Äh Vermasseln werde Hm So Könnte ich nicht auf den Attentat machen Das wäre zwar übelst hoch Aber Hey Wer weiß Hey das wird sogar funktionieren Wow krass Heftige Sache auf jeden Fall Von so einer Von so weit oben So Jetzt überlege ich Also keine Sorge Ich will jetzt nicht immer Das optionale Ziel erreichen Aber Für jetzt gerade Finde ich es schon ganz praktisch So Vielleicht kommt der ja nach vorne Ne Kommt er leider nicht Oder Hm Ne Ich glaube der ist noch sehr misstrauisch Aber Er kommt nicht wirklich Und pfeifen kann man ja auch nicht Hm Jetzt müsste ich wissen Wann der andere Typ da zurückkommt Hm Jetzt Ah der kommt doch glaube ich hier Auch an An diesen Steg hier Da müsste ich ihn doch ausschalten können Eigentlich oder Kommt der nicht was näher Genau Super Kommt was näher Verdammt Jetzt bleibt er da stehen Es geht dann nach Und die andere Wache Die guckt natürlich jetzt Genau in meine Richtung Wenn ich mich jetzt einmal da hochbewege Sieht er mich Ähm Gut dann Muss ich das anders machen Hm So Jetzt bleibt er da stehen Boah Schnell runter Boah Ich will nicht von denen entdeckt werden Ich weiß Ich stelle mich jetzt gerade ein bisschen an Aber Ich will das wirklich schaffen Von daher Hm Gut Wie lange nehmen wir denn jetzt eigentlich schon auf Haha Auch schon Bestimmt 17, 18 Minuten Aber ich weiß wie ich das mache Wenn der jetzt gleich hoch geht Dann schalte ich den hier unten aus Weil ich dann von dem Äh Den ja im Rücken habe Und dann geht das einfacher So Haha So Das andere müsste ich aber auch erfüllt haben Von dem Brin Ich war nicht entdecken lassen Weil entdecken bedeutet ja wirklich Dass die Mich auch erwischt haben Die habe ich für euch aufgehoben Wie aufmerksam Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos Apropos nutzlos Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr Dieser Mistdorfen stinkt Ihr wolltet es Es gehört euch Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff Hm Alles klar Ihr habt ihn gehört Das Schiff gehört euch Gut meine lieben Freunde Dann würde ich sagen Machen wir das auch Aber wie wir den jetzt zurück zu einem Schiff bringen Das seht ihr dann erst im nächsten Part Bis dahin verabschiede ich mich Und ja Wie gesagt Falls euch das Video gefallen hat Gebt ihm doch einen Daumen nach oben Schreibt einen Kommentar Und ähm Nun ja Ansonsten verbreitet das Let's Play noch ein wenig Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part von Assassin's Creed Rogue wieder Bis dahin Ciao Leute